Herzlich Willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Tipp, SV Generation erzeugt über 80 Muster für Wallpaper und Hintergründe als SVG. Neulich habe ich ja den Link zu Trianglify vorgestellt. Mit SV Generation auf www.svgeneration.com bin ich gerade über eine sehr ähnliche Seite gestolpert. Sie kann auch die Dreiecksmuster generieren, erzeugt aber 80 weitere schlichte Muster, die sich für Wallpaper und Hintergründe benutzen lassen. Wie auch bei Trianglify, lassen sich bei SV Generation die Dateien als SVG herunterladen oder aber auch als CSS exportieren und so beliebig weiterverarbeiten. Einfach auf generieren klicken und dann wird der SVG-Code erzeugt, beziehungsweise der CSS-Code. Dann hier gibt es einen Download-Button. Ebenso kann man sich hier noch den Code anschauen und verändern. Das war User Paul von Robben Screencast. Ciao und viel Glück!